Du weißt es nicht. Marvin sitzt auf dem Sofa und blättert in einem Osterbuch, das Mama aus der Bücherei mitgebracht hat. Ihr habt doch vor ein paar Tagen gesagt, dass wir Ostern feiern, weil Jesus von den Toten aufgestanden ist, sagt er zu seinen Eltern. Pagpa guckt über die Zeitung. Richtig. Und was haben dann Hasen, Eier und Osternester mit Jesus zu tun, möchte Marvin wissen? Ähm, wie meinst du das? fragt Mama. Hatte Jesus Hasen? Oder hat er gern Eier gegessen? Oder konnte er vielleicht selbst Eier legen? Ach, so ein Quatsch, rutscht es Papa heraus. Wie kommst du denn auf sowas? Marvin hält ihm das aufgeschlagene Buch entgegen und zeigt auf einen Hasen mit einem Korb voller Eier auf dem Rücken. An Ostern kommt der Osterhase und bringt die Ostereier. Wenn wir Ostern aber wegen Jesus feiern, müssen die Hasen und die Eier doch etwas mit ihm zu tun haben. Mama und Papa schauen sich an. Sie scheinen überrascht von Marvins Worten. Unser Marvin ist ein kluges Kerlchen, sagt Papa schließlich. Dann räuspert er sich. Ja, also das ist so, beginnt er. Die Hasen und die Eier sind, ähm, waren, hm, ja, also das kommt eben noch von früher. Mama schmunzelt. Sag du es ihm, brummt Papa. Ich kann das nicht so gut erklären. Du weißt es nicht, du weißt es nicht, ruft Marvin. Natürlich weiß ich es, aber du bist noch zu klein, um das richtig zu verstehen, verteidigt sich Papa. Bin ich nicht, wehrt sich Marvin. Das ist mal wieder typisch, sagt Marvins große Schwester, die in der Türe steht und alles mit angehört hat. Wenn Papa etwas nicht weiß oder nicht sagen will, sind wir einfach noch zu klein dafür. Hm, das seid ihr ja dann auch oft, behauptet Papa. Anne beachtet Papa nicht und sagt zu Marvin, pass mal auf. Das ist ganz einfach. Sie holt aus dem Kühlschrank schnell ein Ei. Das sieht doch aus wie ein weißer Kieselstein. Sie klopft leicht dagegen. Es hat eine harte Schale und scheint tot zu sein. Aber wenn ein Huhn sich so lange draufsetzt, dass das Ei genug Wärme bekommt, regt sich irgendwann Leben in ihm. Ja, dann kommt ein Küken hier raus, redet Marvin dazwischen. Und wie das Küken die Eierschale zerbricht, damit es leben kann, so hat Jesus das Grab aufgebrochen und damit gezeigt, dass das Leben mit dem Tod nicht zu Ende ist. Um sich daran immer wieder zu erinnern, schenken die Christen einander zu Ostern Eier. Papa hört seiner Tochter staunend zu. Ach, und die Hasen? Marvins Neugier ist noch nicht befriedigt. Wenn nach einem langen Winter die Hasenmütter mit ihren vielen Kindern über Wiesen und Feldern hoppen, sahen die Menschen, dass die Natur aus ihrem Winterschlaf erwacht war und neues Leben entstand. So ähnlich wie im Ei und im Grab von Jesus. Irgendwann hat dann jemand erzählt, dass ganz besondere Hasen zur Osterzeit ganz besondere Eier legen und in den Gärten verstecken. Seither gibt es Osterhasen und Ostereier. Papa guckt Anne mit großen Augen und offenem Mund an. Er schluckt und murmelt. Mama, woher weißt du denn das alles? Tja, wir haben eben zwei kluge Kinder, sagt Mama und kann sich ein Grinsen nicht verkneifen.